Langenau hat gewonnen. Wie viel Kriegel? Wie fein. Fensi, stimmt das? Ja, ist ja so, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber wir sagen, es ist geil, es ist gut, es ist schön. Aber der Kriegel sagt... Was? Ja, was sagt der Kriegel? Ich habe gewonnen. Aha, das ist toll. Oh, der Kerl? Der ist noch da oben. Was macht der da oben? Ich weiss nicht. Fensi, sag du mal etwas. Ja, der Kerl hat ein wenig der Hack im Gesicht. Ich weiss das aus einer gut verlässlichen Quelle. Ja. Ich weiss noch einmal mit der Monschi im Eis. Ich weiss noch. Kriegel und ich, wir gehen jetzt nach Hause liegen. Ich gehe jetzt nach Hause liegen. Ja. Wir müssen beide früh wieder auf. Ja. Musst du morgen früh auf? Ja. Wenden. Ja, ich muss auch noch ein wenig machen, dass ich wieder weg bin. Ja, aber heute hast du gefeiert dann so. Ja. Dann siehst du nicht so aus. So ein wenig deprimiert. Gell, Fensi? Das ist die Routine beim Kriegel. Ich habe es nicht mehr gesehen. Sicher? Das ist die Routine? Ja, das ist die Routine. Ja, das ist die Routine. Aber du bist froh, dass ich gewonnen habe. Fensi bin ich froh, dass ich gewonnen habe. Fensi, du bist sicher auch froh. Ich bin sehr froh, ich habe die Pärchen. Ja, und wir sind froh. Also du bist froh, du siehst mich nicht mehr. Das ist ja so, ja. Das habe ich gerade vorhin gehört. Bist du auch froh, dass ich mich nicht mehr das halbe Jahr gesehen habe? Ja, das ist richtig. Was? Du bist froh, dass ich mich nicht mehr... Also... Dass wir nicht mehr gehen müssen, ja. Aha. Noch ein englischer Gruß für Wer? 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 Für Wer, ob du deinemtop Wr Price macht? Ja, das ist Französisch, ja... Stallschul ist Sure! Ich sing das gut! Jungs, wir sehen uns nächst August wieder. Und darum sagen wir... Tschaui! Wir haben die Tiger so gern, wir haben die Tiger so gern, wir haben die Tiger so gern.